Alter, boah, ist stimmt, ich hab ja auch so'n, so'n, boah, ey, das ist, das, ey, das muss ich ja rausnehmen. Du kannst nämlich hier auch so'n, so'n Sound-Alert abspielen, der eine Tarkov-Granate schmeißt. Soll ich mal rauskriegen? Soll ich ihn mal looten? Ja klar, als ob du den dort liegen lässt. Naja, boah, sag ich dir, das geht doch, du hast das doch mit dem Lootgeier zu tun. Was, was macht ihr? Ja, wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut, wir müssen hinten hier diesen, wenn du zu der Leuchterinsel hintergehst, dann muss man looten hier dem Haus. Nur, dann lass uns nur auf den Rückweg machen, oder? Ja, da hinten ist dann halt auch ein Sporn, da kommen wir uns gleich entgegen. Achso. Welche Mäste spielt ihr? Lighthouse. Lighthouse. Oh, okay. Stimmt, hast recht. Hier vorne ist übrigens der erste Panzer, den du markieren musst, machst du? Der steht da, genau vor dir. Ey, geil. Das ist ja richtig nice. Oh, hier war ich noch nicht zusammengeschossen, oder? Ja. Ich bin tot, Alter. Ey, da läuft einer. Wo? Ach, da drüben, ja? Ja. Das kann ein Spieler sein. Das kann ein Spieler sein. Achso. Ich dachte, das war das Krebs, Alter. Ja, die Sterb-Spieler, die kommen hier auch gleich rein. Die sind... Ich bin vorne am Haus. Was? Was hat denn mich jetzt schon wieder erschossen, Alter? Er hat wieder irgend so ein Wichser in irgendeinem Gebirge gesessen und mich abgesnipet, Alter. Ist denn das doch Idioten, Alter? Oh, das wär's beschossen. Oh, das wär's beschossen. Fuck. Steht doch mal auf. Steht doch nicht auf. Alter. Mein Spieler steht nicht auf. Warum? Hä? Was ist denn das für'n Scheiß? Oh, ey. Das hatte ich mal auf Interchange. Die Produktion irgendwas taugt. Ich hab bloß 18 Schussmagazin drin. Ich hab nur so, damit ich mal zurückschießen kann. Zurück. Ey, jetzt hab ich... Verschreck. Verfrust. Gleich die ganze Klippli raucht. Benji, wo bist denn du? Ich bin... Ach, ist... In dem Team. Hinten, nein. Ey, geht. Ey, die wissen, dass die Leute die Quest machen müssen, weißt du? Dann sitzen die dort, warten stundenlang, bis einer kommt, um die... Tei. Solche Ficker, Alter. Also bis dahin war's ja eigentlich ganz gut, oder? Ja. Ja, weil sie... Weil sie da hinten sitzen und warten. Vollidioten. Da kommt nur so jemand entgegen. Hast du? Ne. Wo ist er? Oh, tot. Ja, ich gucke über den Felsen. Ich hab's ja. Alle beide. Es waren zwei, ja. Es waren zwei, ja. Zum Glück. Was haben sie denn mir weggeschossen? Ja, Alter, reiß dich doch zusammen. Er hustet wie nichts Gutes, Junge. Es waren auch zwei Hetschlinger. Danke, Svenny. Willkommen zurück. Erfolgreich. Sehr gut. Das hört man gern. Bleispender. Herzlich willkommen. Jetzt seh ich's erst mal. Sorry. Ich war so gefrustet. Danke für deine Kopfhörer. Alle zwei... Ne, einer Level. 29. Einer 28. Er hat ja schon deine Marke eingesackt, der Hund. Einen der Hund. Schönen Gruß von Svenny, Benji. Danke. Zurück. Bitte, bitte. Ja, Sniper-Skill-Level. Und die Bedrohung-Reduktion auf der Web. Ey, habt ihr das grad gesehen? Ja. Jetzt war doch ein Spieler, oder? Ist ja eben nicht vorbeigelaufen. Ja, wir haben uns kurz angeguckt. Und jeder ist dann seiner Wege gegangen. Da war wahrscheinlich auch so erschrocken wie ich. Warum hat keiner geschossen von euch? Tja. Dazu hättest du irgendwie eine Art Herzinfarkt, oder was? Ja, sowas. Eine Art. Ich lache, wenn der dich nachher abknallt, wenn du verrückt bist. Ja, kommt schon. Jetzt hat er nur noch von der Idiot. Ich hab's nicht gesehen. Habt ihr was gesehen im Stream? Also, wie gesehen, das hörst du ja dann? Na, ich hör's ja nicht. Aber du siehst ja das Symbol über dem Kopf. Ach so, und das seht ihr nicht, weil ich da vorne sitze. Ja, und der war das. Wir sind gerade da. Wie hörst du? Ist das Symbol, wenn dich jemand anderes zuquatscht? Ja, du siehst unten dann so wie diese WLAN-Streifen. Okay. Pflanze, Junge. Und lauf. Lauf, Matze. Lauf, Matze. Lauf. Loot. Ich sehe Loot. Ich muss bloß hinrennen. Du musst vor den LKW. Ich hab doch gerade nachgelesen. Vor den LKW und dann zurück. Ich muss da nichts machen, oder? Einfach nur hinrennen und zurück. Boah, alter. Nee, hab's doch. Hab ich's jetzt? Ja, jetzt hab ich's. Lauf. Lauf. Du hast Robital, du Idiot. Jetzt hat mich doch wieder ein anderer Spieler weggesnipet. Ey. Nee, oder? Ach, ein Skeftspieler. Hat sich eigentlich schon jemand die neue Infoseite reingezogen bei mir, die ich überarbeitet hab. Da gibt's. Hab ich gerade gesehen. Hast du eine Infoseite? Naja, hier bei Twitch, da hab ich jetzt ein Leaderboard eingestellt für die Bits und Subs und überhaupt. Und für die neue Währung, die sich Kakerlaken nennt. Kakerlaken. Und dann wollen du Streams. Oh, Svenny, alter. Ja, geil. Das wollte ich wissen. Das passt. Das ist gut. Du kannst nämlich auch, da kann ich noch einen Sound reinmachen, bis zu fünf Sounds mit, ähm, mit Kanalpunkten bezahlen. Also, das ist cool. Danke, Svenny. Danke für den Test. Hast du die Sound, die lürzt dann immer, oder musst du jedes Mal die Punkte ausgeben? Du musst die jedes Mal für die Punkte ausgeben, glaub ich. Du bist ja ein ganz schöner Abzocker, oder? Ey, ich bin echt preiswert. Ich hab gesehen heute, da wo ich das gesehen hab, bei so einer Tussi, ich wollte für einen Sound 2000 Bits, Alter, 2000 Bits. Das sind 15 Euro. Ernsthaft? Ja. Und dann kannst du den Sound einmal abspielen? Genau. Also, ihr müsst nochmal da hin. Dopa, grüß dich. Der Benji ist davor. Das ist die Anmut selbst. Erschauten worden. Das ist die Anmut selbst. Das ist eigentlich von einer Herzlichkeit, die ich überhaupt noch nie erlebt hab. Ey, ihr schmeißt schon einer Granaten. Was? Oder, ich hab grad, ach nee, ihr euch hier unten, Sonja, Alter, boah, ich stimmt, ich hab ja auch so'n, so'n, boah, ey, das ist, das, ey, das muss ich hier rausnehmen. Du kannst nämlich hier auch so'n Sound-Alert abspielen, der eine Tarkov-Granate schmeißt. Alter, das ist ja gemein. Und Klaus hat die jetzt ausgegeben. Und ich dachte, hier schmeißt schon einer eine Granate nach mir. Danke, Klaus. Oh, Mann, hab ich mich erschrocken. Ey, das ist echt krass, Mann. Ich hab ja schon gedacht, dass es eventuell krass sein könnte, aber dass es so krass ist. Das ist ja wirklich dieser Granatensauern von Tarkov. Alter, hab ich mich erschrocken. Ey, jetzt hab ich... Oh, Alter. Du hast direkt einen Dick-Punch für'n Matze. Aber richtig. Ich hab'n förmlich gespürt, Mann. Danke, Olli. Ich bin soweit, Benji. Ich warte nur auf dich. Okay. Machst du mir mal meinen Probital auf die Schnelltaste? Ja. Wie lange hält das fünf Minuten, ne? Ja. Ich muss ja nicht mit. Hörst du deine Looten? Ja, komm drauf an, wo er liegt. Wo er liegt. Wo er liegt. Hätt' mir meine Knarre wegwerfen können, aber ich weiß, egal. Ich werde von hinten beschossen. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Komm zurück, komm zurück. Geh in deine Hütte rein. Den nüt' mir um, wenn er herkommt. Ja. Bist du tot, oder was? Danke, Olli. Nein. Aber ich werde von beiden Seiten beschossen. Was soll ich, es gibt keine Deckel hier. Lauf und zickzack hier in die Hütte rein. Ich bin, ich habe keine Ausdauer mehr. Achso, ah, was, du bist tot? Natürlich. Wenn du von zwei Seiten beschossen wirst, da hast du keine Chance. Achso. Aber es hat geklingelt, also ich muss nur noch entkommen. Sie kommen, wartet, wartet, wartet. Aber das ist aber auch. Und der hat erst mal das Zeitliche gesegnet, der Hund. Soll ich mal rauskriegen, soll ich ihn mal looten? Na klar, als ob du den dort liegen lässt. Na ja. Boah, sag ich dir. Das geht doch. Du hast es doch mit dem Lootgeier zu tun. Na, aber sowas von. Wo ist er denn? Den habe ich doch. Der hat sich doch direkt hinweg und rauskriegt. Ja, wie in der Schlange, Junge. Wie eine Natter. Ja, mit dem Scheißheim höre ich nichts. Mensch, ich habe einen Rucksack. Dann kannst du dir den Tank holen. Also in dem Duffelback. Den nehme ich aus, Junge. Der kriegt nichts wieder. So, wenn man die Schlange kriegt, zurück. Du kannst den Helm auch in diese Umka reintun, ne? Die hat einen vierer Slot. Achso, dann habe ich wahrscheinlich schon unter diesen blöden Stecker mal reingepackt. Dieser Vollpfosten. Diese Vollpfosten-KI. Das ist bestimmt passt. Du hast schon dein Haus, ne? Ja. Würde ich nehmen. Danke, Milky Way. Thomas, danke für den Wolf. Bin ja mal gespannt, ob ich heute das erste Mal Matze überleben sehe. Haha. Jetzt meinst du. Jetzt. Hm. Wie? Es neigt schon wieder einer auf mich. Ey, wie sieht er mich denn? Hä? Wie hat er mich denn erschossen, Alter? Was? Der Boy in der Derhe. Du hast ihn doch rechts gesehen. Der stand doch auf dem... Auf dem Wasser, ja. Der stand auf dem Stein neben dir. Du hast ihn doch angeguckt und drehst dich wieder weg. Echt? Ich habe nicht gesehen. Ja. Ich probiere dir mal den Clip rauszusuchen. Ja, probier mal, Komi. Komm mal, genau. Oh. Da stand auf dem Rum, Scheiße. Ich habe euch mal in die Ferne geguckt. Hat er schön. Hat Gorki einen Clip gemacht, ja? Ja. Ich habe euch mal in die Ferne geguckt. 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 Bis zum nächsten Mal.